Ah, oha, da brennt's. Das ist gar nur meins. So, was ist denn das mit dieser... ...die man so schnell immer hin- und herwischen muss? Ich bin da gar nix. Ich wein mal. Hier sind auch ganz viele Verlassen. So, da haben wir schon mal wieder... ...bisschen weniger. Und noch hier hinten ist noch eins. Noch eins. Wo ist denn das? Da. Was ist das? Ja. Gott. So weit ganz gut. Ach, was für die Polizei jetzt. So viel Kriminalität ist doch gar nicht. Was haben die denn immer alle? Das geht mir auf den Sack. So, mit der Krass kann ich verstehen, wenn wir wirklich sehr viele kranke Verstattung haben. So, da habe ich gerade was bei gemacht, wenn man so einen Augenblick abwahrt. Ja, ich steuerte es verdammt, ich weiß. Aber ich kann sie auch nicht senken, weil ich bin eh schon ein Minus. Ich kann mal... Ich kann mal... ...mhm... ...alles mal einsenken. Das ist mal aber ziemlich viel Minus. Das ist total am Arsch. Da können wir nix mehr bei machen. Die Stadt hier ist am Arsch. Am Arsch. Da kann man nix mehr machen. Was? Welche Stadt gehört denn noch mehr? Inselweiler, grüner Bereich. Ne, kann ich nur besuchen. Besuchen. Bei Anspruch. Ne, wir machen erstmal in unser weiter. Gehen wir in die Stadtansicht. Na gut, die Müllerverbrennung macht sehr viel. Was macht ein Minus? Was macht ein sehr viel Minus? Krankenhäuser macht sehr viel Minus. Ähm... Die Schulen machen sehr viel Minus. Weil ich jetzt die Schulen abreißen, das geht ja auch nicht. Wir legen mal einigen... Wir müssen einige Gebäude stilllegen. Die hier zum Beispiel. Kann man die... Die ist jetzt stillgelegt. Kann man dieses Ölkraftwerk... ...neu wieder sch... ...stillgelegt. So, was haben wir hier noch? In Asien. Stillgelegt. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen was stillgelegt. Ist ja vielleicht auch ganz gut. Damit wir erstmal wieder so ein bisschen an Mel kommen. Und wir haben wirklich... ...gar nix. Diese Rohwildzentrale, da können wir auch wieder... ...über irgendwie... Was ist denn das eigentlich? Handelzentrale... ...brauch ich doch eigentlich gar nicht. Die zieht mir doch nur unnötig Geld aus der Tasche. ...und dann reißen wir einfach ab. So. Mir ist doch egal. Ich dachte, man nicht wollte. Äh... ...wenn das hat... ...was wollte ich jetzt gerade machen. Ja, so. Wo haben wir was denn? Das haben wir jetzt einfach mal weggemacht. Weißen. Okay, ich lasse dann einfach... ...würde ich sagen, ein bisschen Geld machen. Solange. Und nehme dann sofort gleich wieder auf. Ach, dass diese Maus die ganze Zeit weggehen muss. So. Ich mache dann nur kurz Aufnahme und Pause... ...und mache gleich weiter. Bis dann. So, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben jetzt 126.000. Ja, aber wir müssen noch... ...gucken wir jetzt mal, dass wir das haben. Den Auftrag. Unsere Stadt wird ziemlich Touristen. Wir sollen die Touristen einfallen tun, indem wir Wahrzeichen bauen. Ähm, später. Was wollte ich da machen? Stellen Sie eine Roll in Zentral auf. Äh, kaufen. Ähm, das kann ich mal schließen. Das kann auch erst mal schließen. So. Jetzt haben wir erst mal wieder ein bisschen Geld. Aber wir haben immer noch sehr wenig... ...krankhaustechnisch. Da sind... ...mh... ...zack. So, die haben wir jetzt noch ein bisschen. Da kommen wir jetzt noch ein bisschen. Ne, krankenhaustechnisch ist das, glaube ich, jetzt eigentlich... ...am Moment ganz gut. So, dann gehen wir erst mal da gucken. Das wollt ihr. Die Straße sind nicht sicher. Stellen Sie mehr Polizisten ein. Nein, danke. Danke. Es gibt eine... ...weil... ...wagte ein... ...gutlaft oder was. Ähm... ...wagte... 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 Das gefällt mir mal so gar nicht. So, mal weiter gucken, wo haben noch welche Dorf ist noch eins. Da, da, hier sind noch mal Trümmer. Da ist auch noch eins. Hier sind noch Trümmer. Ja, los. Achtung mal, ich mach mal die Trümmer weg. Da war noch ein Verlassenshaus. Da hätten wir auch noch eins. Ey, das da. So. Der Rest, es reicht erstmal noch mal noch mal noch mal ein bisschen. Strassen-Upgrade. Nicht, nicht verfügt. Ja. So. Da können noch ein paar Leute dann wohnen, da auch. Oh, man. Hier kann man doch überall wohnen. Warum ist das... Hm. Da kann man nicht wohnen. Da kann man... Da kann man auch wissen wohnen. Kann man hier noch wohnen? Nee. 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 Gott. Da kann man erstmal über nicht mehr wohnen. Dann ist das jetzt auch erstmal so. Die Stadt wird im Moment etwas besser. Oh, Wasser. Was ist denn? Warum so schlimm. Das ist jetzt noch alle ganz gut. So. Was haben wir jetzt schon mal etwas mehr? Ja, Polizei. Darum könnten wir uns jetzt mal kümmern. Wo haben wir noch eine Polizeiwache? Obwohl. Zeitag. Da brauchen wir zwei pro Tag. Null Tote pro Tag. Brauchen wir uns auch nicht drum kümmern. Wasser. Äh, das ist ein bisschen verschmutzt, aber... Sag mir nicht grad nix gegen tun. Minus 22 Uhr. Haar. Das ist nicht zu gut. Aber... Das kann ich jetzt im Moment eigentlich... Aufwärts können uns endlich alle nix besonders... Windkraft können wir nochmal irgendwie... Nee, wir können gucken, ob wir das hier erweitern können. Wenn das Haus da nicht stillen würde, vielleicht... Könnten wir dann da noch ein bisschen... Ähm... Komm, mach das mal.